Musik Für uns geht es vor allem darum, je welchem Versuch der erneuten Zentralisierung bestimmter europäischer Politikbereiche und insbesondere der Kohäsionspolitik und vielleicht noch insbesondere dem Europäischen Sozialfonds einen Riegel vorzuschieben. Sind die Kohäsionsfonds wichtig, aber nicht nur die Kohäsionsfonds. Forschung findet auch in ihren Regionen statt und Grenzschutz ordnet die Migration. Wenn wir Erasmus Plus verdoppeln, sind es ihre Kinder, nicht die Kinderkommission. Deswegen ist meine Bitte, machen Sie in Ihrer Kalkulation nicht nur die Kohäsionsmittel auf, sondern auch die andere Programme im Interesse Ihrer täglichen Arbeit wichtig sind. Was aber schon auffällt, was schon angesprochen wurde, ist, dass der MFF in zwei Beispielen deutlich von dem abweicht, was wir uns hier vorgestellt haben. zu den vorgesehenen Kürzungen bei den Strukturfonds und bei der gemeinsame Agrarpolitik können wir hier und heute nicht ja sagen. Zu queste politiche comuni, come Erasmus, come la politica per la ricerca, come quella per la migrazione, vogliamo capire, soprattutto dalle regole, quale sarà l'equità di accesso per le regioni e per i comuni. Es kommt nicht von ungefähr, dass genau in dem Moment, in dem die Wahrnehmung der EU als ein langfristiges wirtschaftliches Erfolgsprojekt Risse bekam, Populismus, Nationalismus und politischer Extremismus in ganz Europa enormen Auftrieb erhalten haben. Wie können die Kultur und die Bildung unterstützen, die unsere europäische Identität zu stärken und bringen die neue Renaissance? Ich glaube, dass einige der Antworten an diese Frage sind in der Möglichkeit, die europäische Dimension der Teachinge zu ermitteln. Die Kultur-Hierigkeit ist die Kürzungen, die uns zusammengehalten in Europa. Regionen und Städte sind diejenigen, die mit dieser Herikationen handeln. Und sie brauchen Unterstützung von der Europäischen Union, um mehr Verbesserungen zusammenzuarbeiten. streng die Flychationen handeln. bis zu dieser Kürzungen.